heute mit dabei der kim und zu aller leute überraschung der alter ich habe hier schüsse gesehen die sind hier schon wahrscheinlich ja ich bin drin ist einer direkt im vorraum castle ist also da wo wir jetzt sind wir sind vorne ja ja berück dich mal kollege ich renne mit dem samo one bin ich on the road aber die kamera da weg so viel zu dem thema hier ist auf jeden fall jemand gewesen scheiße der ist da oben er ist da von euch direkt bei mir gewesen ich habe den frost auf jeden fall mal angehittet ich habe ihn auch gesehen da hinten ist er ok nice da ist einer weg aber die exaktion war nicht dort wo ich es erwartet habe nein einer ist nach oben gerannt ein lök habe ich weg jetzt auch gerade in einer ist nach oben der ist die treppe hier hoch gegangen ich habe einen auch weg verbleibt okay ich komme rein gut wie ist es mit dem oben ich habe hier zwei weg zwei locker sind weg wir könnten eigentlich jetzt im bereich rein gehen wir machen uns bereit ich habe den erst gesehen nachdem er auf mich geschossen hat aber ich habe intuitiv in die richtige ecke geschaut hast du geguckt ah da muss doch da irgendwo sein sonst hätte er viel früher sich schon gezeigt dann huch der guckt ja was vor was denn das gewesen stark stark was macht der da wir haben alle überlebt voll geil oder nicht schlecht ich würde sagen 100 prozent 100 prozent okay der ruck ist dabei kim hat den smoke ach dann immer die frost frosty der schneemann frosty the snowman übrigens wir sind beim stand von 0 zu 1 erst in die rundung gekommen oh ja ich habe ich gar nicht gemerkt ich auch nicht aber ist egal es gibt trotzdem drei für euch heute äh übrigens es klingt was aus was gibt es denn heute für feinde wahre vom türkischen markt äh gefällt original gefälscht die ist original gefälscht das ist einfach gut die Gegner haben den Turogefahrgut geäußert sogar die Riege eine weg wow 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 was der Gegner hey ich habe hier eine Wesse gefunden gehört ihr euch zwei weg hey klasse die hat sogar in meiner Größe äh mit Büsten alter bist ein Depp soo ich leg mal hier ein bisschen was aus ne so viel zwischendurch nein was ist los sie haben es am Anfang schon gefunden ne erst jetzt grad nein sie hat es die ganze Zeit schon ganz am Anfang hieß es mal sie haben das Ziel gefunden von daher ja dann machen wir hier noch Reinforcement habe ich ja noch zwei hier ist zu da wird irgendwas aufgeschlagen ja es wird irgendwas aufgemacht oh ja ich habe es schon ich habe mal gesehen äh alter strecke schockt ohne hab sie wow fuck ich höre von hinten an äh ohne hab ihn alter äh äh kipp mal auf hinter dir wow fuck was war das deine granate nein das war nicht meine granate doch da kommt die ganze Zeit was ach von unten da unten ist was wir haben doch doch alter oder ich habe den behälter zu sichern eingestellt den gegner von der sicherung des behälters anhalten so nett bin ich obacht da ist ein C4 Kim verpiss ich da schön da hinter dir Kim schön das Mästchen kann jederzeit aufwachen bist du mal hier neben mir da offen Kim ja sieht so aus da ist es wo der drecks auf ne mindestens ein Blitz ist unterwegs es geht was auf ja bei dir bei dem Trim da ist was glaube ich drin naja ich habe es im Blick Tyri die lüge du da du hast das ein Fenster hab ich im Blick komm Junge ich sehe deinen Schatten komm trau dich trau dich hier ist auch noch was hier kommt was I-Touch Schild Schild ja ja mit ja ich habe den Schatten gesehen komm Junge trau dich oh wenn ich jetzt kann oh wenn ich jetzt kann hey Kollege oh da sind zwei traut euch Jungs sind beide da drin sind beide drin erst Schild dann der Rest ja schön I-Touch einfach nur gucken dass er die drei Klamen so kriegt ich nehme ja schön boah fuck dass sie nicht erschießen bewegt mich oh nein ja ist nur das Schild da ja ich habe ihn noch angehielt jetzt mal an ich habe ihn so ganz bisschen angehielt an der Hand keiner von euch einen C4 Kim nimmt dann C4 ich habe keine Hälter zu sichern Scheiße oder Zugriff auf den Bio-Gefahrgut-Behälter verhindern er ist wieder raus er ist wieder raus er ist wieder raus nicht facen nicht facen Kim einfach decken du hast nur noch 30 Leben mit einem Schuss bist du quasi down du könntest natürlich oh das wäre eigentlich eine geile Sache was denn von draußen oder was dann Achtung Scheiße der andere fest ihn vergiss es nein nicht unten durch die nicht durch die Tür sondern durch diese Luke unten einfach wo du gerade hinguckst ja aber vergiss es vergiss es der Typ vorne ist weg und der andere hat nur noch ganz wenig Leben er hat ihn Nice easy win easy win ja war ok ne ja kann man mal so er hat gehört er hat gehört wie er aufgesprengt hat er hat von hinten weggenatzt schön 1 schön 1 plus mein Stern hehehe läuft doch läuft bei uns rückwärts ich nehme wieder den Buck Buck der hat ein gar nicht so schlechtes Gewehr muss ich sagen ja das ist heftig man hast du das mit Einzelschuss oder das Reihenfeiergewehr nein nein ich habe das normale die Sturmgewehr das andere ist nämlich ein Scharfschützengewehr ja eben deswegen sag ich ja aber das habe ich nicht dabei das brauche ich hier so selten bei allen diesen Einzelschuss ich weiß nicht ich komme damit nicht so ganz klar wenn ich Einzelschuss abgegeben habe dann höre ich immer auch meistens auf weiter zu schießen ist in den meisten Situationen eher unglücklich guck mal nicht im Maschinenraum ja kann ich bestätigen ja ich fahr ich gehe hier durch Küche sind sie auch nicht wer von Kipp ist so hochgegangen ne ich fahr jetzt hoch gut gedacht Mio gefahrgut ich hab's ich hab's Casino ne warte mal sind sie im Casino du erkennst es an dem Roulette ja danke ne weil es sind zwei Lörker das ist egal hier können wir ja direkt rein ja das sind auf jeden Fall welche hier oben das direkt über Fenster gehen ja bin ich dafür bin ich d'accord wo sind wir denn hier wo sind wir denn hier Frosty Moment wer hat die Kamera weggeschossen ich weiß nicht ich nicht Entschuldigung darfst du das darfst du das darfst ja genau wo wollen wir jetzt rüber oder wo hat ihr den Plan hier den Plan rein zu gehen äh hier direkt übers Fenster über welches äh ich hab ne Sprengladung darf ich aufschlagen nicht auf Sprengladung ich hab ich hab aufschlagen wir haben das Ziel doch gefunden warum würden wir das nicht ja grad hier 11 Meter ach andere Seite ja da müssen wir von der anderen Seite dass man von der anderen Seite altert got it Kamera ist weg hat der irgendwer achso hat sich angehört als würde irgendwer irgendwas ausschlagen ja ja ne ne hier ist äh gecastet ja ok alles gleich mal Sprengladung nein warte mal warte mal warte mal vielleicht machst du die Stunde schon mal dran ja man weiß ja nie ne so ähm mach mal Terror guckst du jetzt hin? so Achtung Eintouch ich spring da auf gell ja wo eins riesig so Nades oder so ja hab ich hab ich ja schmeiß mal rein hier hä ah die haben Jägersystem oh ja siehst du was siehst du was? ich geh mal mit der Drohne rein ja geh du mal mit der Drohne vor die anderen machen auf ich geh mal rein halt das Schwert mit der Drohne grad rein ist da ne Bärenfalle in der Fenster? hier ich hab gebringt ist ne Falle in der Fenster? nein ist keine aber in dem Raum ist da direkt einer oder? ja direkt rechts geh ich bin direkt geh rein geh rein geh rein ich steh dich zu dritt in einer Schusslinie nein fuck ernsthaft du hast du ne Granate? ja ich hab ne Granate das ist ein Jägersystem drin achso achso da war ja what boah wie mies er sagt der hat mit der Pistole auch gemacht außerdem was immer er kommt er kommt er kommt er kommt wo? ans Fenster rechts scheiße nicht getroffen einer ist noch äh bei den Spielautomaten direkt hinter dem Rolletttisch sind nur zwei im Raum drin ah einer ist hier hinten mindestens einer nein drei sind im Raum drin ja der Castle da vorne und dann sind noch zwei direkt im Raum weg beim Container einen hab ich angeschossen komm trau dich doch mal raus haa what nu eine Minute noch scheiße ey mit dem scheiß Jägersystem sonst hätten wir den da weggeknallt da hinten war vorhin einer da hinten ist offen hier wow fuck wir müssen uns beeilen alter ja oh ich weiß es gut gut gemessert wow wie kam denn der da hinten hin der war doch vorhin woanders ja guck das waren die beiden aus das ist halt voll ins Gesicht ey ins Gesicht that's what he said ja genau na komm 2-2 ja nice angreifen easy easy was heißt U angreifen da haben wir uns vorhin jetzt gerade nicht mit Ruhe bekleckert aber in der ersten Runde das ist wahr aber da kannten sie unsere Taktik noch nicht totalen Wahnsinn ey scheiße dass du da gleich umgekommen bist ey was Tim weil dann hätt's ihn gut vielleicht schon so ein bisschen abdecken können ja und so weiter das wäre nicht schlecht gewesen ja naja wenn sie jetzt kein Jägersystem haben haben sie eine Arschkarte weil ich hab den Dings genommen den Fatz den Big Fatz äh Maschinenraum ist clean nicht in der Kommandozentrale jetzt eins unten dran ich hab sie gehört warte ich doch schon wieder da oben ja oh fuck it muss das sein uh ne doch nicht unten drauf was die sind in der Kapitelia unten 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 ach da wo wir am Anfang so gut waren mhm easy okay also passt auf oben auf ja lokal fünf Sekunden bis zum Einsatz mindestens mal zwei uh biograboot behälter lokalisiert weiter zu seiner Position ähh 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 wo lang? ja das war grad auch mal ne Frage ähh hoch erstmal bin ich d'accord 기만ere hier nach oben ja bin ich dabei Müsst sie sein dabei Ach das war's Ein Tatsch, pass auf, direkt hier sind sie Ja, da ist so eine Booby Trap Ja Ich hab nen Fetcher Ich mach sie weg Ja, soviel zu dem Thema Ja, mal versuchen wir Geräte werden ausgeschaltet Müsste kaputt sein Ja Kann ich bestätigen Ich fahr nochmal mit der Drohne schnell rein Und guck ob da einer rum hängt Besser wär dat Oh ja Das scheint wer zu sein Wo? Ich weiß es nicht, hab ich nicht gesehen Wahrscheinlich ist er direkt hinterm Fenster Ich geh nochmal mit meiner Drohne rein Ja, meiner ist auch im Arsch Also direkt Wär besser gewesen, wenn es linke PZ kam Der Schuss kam von links Da müssen wir schon fast Ja Könnt natürlich Sonst geht uns Zeit verloren Ich seh ihn, aber es ist ein Afford Ah ja, ich seh's Oh fuck Hasten? Er hat zumindest mal gehittet Aber es ist abgehauen Boah, der ist noch einer weiter hinten Richtung Casino Ja Wenn die anderen sich wenigstens mal Ach, scheiß Scheiß, die Wand an Okay, einer ist auf jeden Fall unten down Von uns Ich bin hier auf der Treppe Und direkt ums Eck rum Müsste auch noch einer sein Von dir aus gesehen links Links Ja Hinten durch Quasi in diese Richtung Olle, wir machen die Schieß mir ins Bein mit Oder komm Der Pistole Ja Ja, die kann man Ja, komm her, komm zu mir Ich bin hier sicherer Geht nicht, aber so ein Scheiß, ey Okay, komm Schnell Wir haben noch eine Minute Probier's In dem Fuß? Ja Risiko Jawohl Heiß Boah Boah, durchs verdammte Kugloch, ey Das ist ein Kugloch? Ja Der Bandit ist da Das ist ein Kugloch Wo? Direkt, wenn du an der Haupttür bist Eigentlich einfach nur geradeaus Bist du da rechts Scheiße Also, da, genau, da siehst du es Genau da Nur noch einer vom Eis Yo, wahrscheinlich Der Header Oh Gott Pass auf, Kim Ja, genau, da ist er Oh, nee, der Oh, der wichselt sich für den Weg Mein Herr, ey Wir haben uns so abfrühstücken lassen Von denen am Ende Aber auch Das war schon fast wieder Rank-Methode hier Was die abgezogen haben Na ja Was willst du machen? Trotzdem ein Ja Halbwegs guter Einstieg Ich sag mal Semi-Gut Wir hätten sie Zwei, drei Mal Vielleicht auch erwischen können Trotzdem Vielen Dank fürs Zuschauen Hat sehr Spaß gemacht Liken, teilen, subscriben Nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Mein Fambi with you